Hallo zu On The Grid, Claudio Schiesel, heute aus der Kommandozentrale, kann man sagen. Neben mir Mario Haubenwollner. Hallo. Der Mario ist unser charmanter, netter und immer hilfsbereiter Webadmin. Und ja, Kommandozentrale, ihr wisst ja, Star Trek Fan und daher das Command Logo. Und um was geht's heute? www.civixblog.com startet neu durch und damit auch www.insight-politics.at Und der Mario hat jetzt sozusagen mit Trommelwirbel die Möglichkeit, unsere neue Homepage kurz mal reinzuzeigen. Und jetzt übergebe ich an ihn das Wort, was macht unsere neue Homepage, was die alte nicht konnte? Ja, also einerseits ist sie komplett neu aufgebaut worden in WordPress. Und Hauptpunkte sind eigentlich die Art und Weise, wie sie dargestellt werden auf verschiedenen Endgeräten. Also Usability. Genau, die Usability ist sehr hoch. Die Webseite ist komplett responsive, das heißt, egal ob du es auf ein Mobilgerät anschaust, auf ein Handy, Smartphone, Tablet, alles Mögliche. Es passt sich immer der Breite an und der Inhalt wird so dargestellt, dass die vorhandene Breite vom Bildschirm optimal ausgenutzt wird. Das ist hübsch formuliert, fast wie von einem BMW-Eler. Danke. Aber ihr werdet sehen, wir sind natürlich noch in einem Learning-Prozess und arbeiten ja immer wieder ein paar neue Sachen aus. Ab und an fliegt was wieder raus oder wird noch am Content gearbeitet. Es ist noch nicht alles so durchexerziert, wie wir es gerne hätten, aber daran arbeiten. Wir haben jetzt mal ein robustes Grundgerüst, sage ich mal. Und je nachdem, wie halt die Anforderungen auch in der Zukunft ausschauen, werden wir halt nachher dementsprechend umbauen, neu gestalten. Ein paar Bugs werden immer drinnen sein, die werden wir dann halt ausmerzen. Genau, und was auch wichtig ist, man kann auch jetzt direkt über die Homepage auf unserer Facebook-Seite schauen. Und die heißt schon InsidePolitics Österreich. Und ja, Content kommt natürlich auch laufend neuerein. Und dafür sorgen wir dann halt auch, dass das in Zukunft auch ein bisschen flotter geht und das geht jetzt auch besser. Die Blogspot-Seite wird noch eine Zeit lang parallel laufen, aber dann langsam aber sicher abgeschalten. Und über civicsblog.com und InsidePolitics, also BindestrichPolitics.at kommt sie schon auf die neue Seite. Und dann habe ich jetzt noch etwas ganz Spezielles. Dieser hübsche Kerl, ich glaube, du brauchst ihn gar nicht festhalten. Sollte er halten. Ist ja bekannterweise ein Herr Darth Vader und Star Wars, powered by Star Trek. Das hat irgendwie was, weil meine Geldbörse ist nämlich so eine Sternflottengeldbörse. Und wer uns unterstützt, der kriegt extra ein Video mit einem Hauch vom Vader. Thanks for all and live long and prosper. Spenn jetzt fleißig. Fleißig. Der war gut. Danke. Danke.